ich möchte diese mission bereit machen feuer okay ist das echt so ja 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 Was ist er? 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 Moment, ich komme? Was ist er? 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 Was er? Was ist 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 er? Nein Was ist er? Was ist er? Was ist er? Was ist er? sehr sehr spannende folgen ich bin total ich weiß auch nicht wie ich den einfach besiegen kann ich hatte es ja schon fast ist das echt und 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 Greife Tangos an. 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 Wir haben Verluste. Das wird wieder. Ich bin unterwegs. Gott verdammt. Shit, Mann am Boden. Alles wird gut, hörst du. Wir haben verdammt noch mal Verluste. Ach, danke. Ich hab dich, halt einfach durch. Nummer zwei. Danke. Mann am Boden. Mann am Boden. Shit, Mann am Boden. Unten bleiben. Bin gleich da. Vielen Dank. Halte durch, ich bin schon da. Okay, okay, okay. Ich mach jetzt, glaub ich, zieh mal einen Break. Ich muss mal, äh, meine Taktik überdenken. Da muss es doch irgendwas anderes geben, um, äh, besser ranzukommen. Ähm, ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei der Predator-Jagd. Ich hoffe mal, dass ich's, äh, hinkriege. Und, ja, bis dahin. Euch noch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.